Hi! Da sind wir wieder in unserer wunderschönen sexy Vault 910 Schon was uns heute so erwartet? Ein Baby ist jetzt erwachsen. Oh. Da ist wieder irgendwas mit Zähl. Da kommt ein neuer. Energie. Wasser. Rufe. Rufe. Oh, eine Frau. Es ist... Carol White. So. Kommen sie rein. Victoria Grant. Ja. Und noch irgendwo ein Kind. Rufenanstieg. Noch ein Kind. Vincent Payne. Sorry, aber das muss Max Payne sein. Ganz eindeutig. Muss Max sein. So, dann wollen wir hier nochmal gucken. Wo war denn hier Tagesbericht? Nein, doch nicht. Tagesbericht. Wow. 110. 120. Gehen nach oben. B plus 87%. Das ist doch sehr sehr schön. So. Hier. Kaffeepause. Douglas Schlübber. Douglas Schlübber. Ich sag mal mit unseren Neuen. Und Veronique Grant. Ufe 6. Oh, Radkakerlakenbefall. Zwei mit Waffen. Nein, nicht so nah ran. Schießen hier mit Platzpatron. 4w6. Also schlecht sind die eigentlich gar nicht. Geschafft. Und. Level 3. Level 6. Level 10. Wow. Und hier. Das sieht alles sehr sehr gut aus inzwischen. Hier die nächsten Pakete. 9 Minuten. Minute 40. Ein Platz für 66 Bewohner. Christian Hardy. Christian Harten. Nahrung. Sieht doch alles sehr gut aus. Da wollen wir doch mal gucken, was bei im Rampenlicht so vor sich geht. So bringt mehr über den New Boston Borgel in Erfahrung. Oh, wie groß. Oh, das macht nur kleiner Raum. Oh meine Jungs. Zeig mal was ihr drauf habt. Hier entlang auf jeden Fall. Ja. War richtig erkannt. Von der ersten 100 Kronen. Verdient. Okay. Das ist auch nicht verkehrt. Ich wollte schon mal hin. Keine Angriffe. Die gehen ja wohl definitiv schneller weg. Oh, ne Jacke. In den nächsten Raum. Ich kann das durchstellen. Okay. Diese fetten Viecher. Das ist alles kein Problem. Yay. Eine Cola. Stufe 13. Der Finca. Der ist ja richtig krass drauf der Typ. Großer Raum. Wir kriegen Besuch von den Ratten. Wäre es so schlimm ab und zu mal Stau zu wischen. Anscheinend schon. Das kann da hier keiner. Oh, wieder Laborkittel. Na. Wie haben wir jetzt für Besuch? Keinen. Okay. Ein Plan. Kronen. 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 Wir bekommen wieder Besuch. Wieder von drei Ratten. Ja. Das bringt nichts. Keine Anstim-Pack. Noch eine Rüstung. Die Richtung stimmt. Kampfrüstung. Muss ich mir nochmal schlau machen. Wie man jetzt die Leute, wenn man die los schickt, was man denen am besten mitgibt. Und stärker werden. Wenn ich die mit Glück ausstatte, glaube ich kann das schon nicht ganz so verkehrt sein. Oh. Einen Ventilator. Yeah. Kennst du irgendwelche guten Witze? Besonders nicht. Nö. Eher auch nicht. Sehr schön. Ah, okay. Du bist also der Neuling. Was? Hast du Lust? Oh. Gegen einen Wettbewerb unter Freunden haben wir nichts einzuwenden. Wenn ihr so toll seid, warum ist euer Volt dann von Schädlingern befallen? Alle im Ödland sind auf der Suche nach Ruhm. Wer hat da schon Zeit Käfer zu zertreten? Volt 404. Im Rampenlicht abgeschlossen. Volt 404. Im Rampenlicht abgeschlossen. Noch ein Raum. Noch ein Raum. Die halben wir nochmal hoch. Fünffacher Schaden. Wow. Gar nicht so schlimm wie immer er dachte. Sondern schlimmer. Das war's. Bringt mehr über Newbust. Buckle in Erfahrung. Ja, kehrt zurück. Rezept für eine seltene Waffe. Add. Add. Zurück in drei Stunden. Läuft er. Oh yeah. Oh yeah. Die haben Spaß. Was kostet denn so eine Waffenfabrik? Waffenfabrik. Eigenstation, Forschungslabor, Radio, Waffenwerkstatt 800. Okay. Ort für 1200. Unfall 55 haben wir. Ja. Haben sie die wohl dick gemacht. Können wir beim Kraftwerk ja nochmal anbauen. Kleines Kraftwerk. Werke 2. Werke 1. 1. 1. 1. 2. 1. 2. 1. 2. 1. 1. 2. 3. 2. 3. 3. 4. 5. Verleihung haben wir mehr als genug. Aber die Kraftwerke kann man nicht aufwerten. Stufenreihe. Eine Homo-Beziehung. Da wird er plus eins machen. Oh nein. Waut hin mit dir. So. Das sieht doch schon gar nicht so schlimm aus. Von den Dingen auch welche. Gucken wir mal nach letzten Bewohnern ob wir hier irgendetwas tun müssen. Sieht alles sehr sehr gut aus. Ja alles wunderbar. Sehr schön. Sehr sehr. Schön. Das Ganze. Ja dann. Abschied mich für dieses Mal und freue mich auf das nächste Mal mit euch. Auf Wiedersehen. Tschüss. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen.